Wir verkaufen Musiksachen, Musikinstrumente, Musikzubehör zum Beispiel, Gitarrenseiten, also wenn du mal Gitarren hast, dann kannst du dich nicht mehr machen. Du bist der Tobi, kann das sein? Halt's doch verloren, bitte! Sir Tobi, auch! Sir Tobi, Freiadler vom Krötenbeier! Vom Krötenbeier! Was machen wir hier? Wir verkaufen hier Musiksachen, Musikinstrumente, Musikzubehör zum Beispiel, Gitarrenseiten, also wenn du mal Gitarre spielst... Kann ich meine Else mal ablegen? Ja natürlich, natürlich! Also das ist meine Else! Kein Problem! Ich guck gleich zurück, warte mal eben! Also, auf die lass ich nichts kommen, ne? Ne, ich fass da auch nichts an, keine Sorge! Aber sonst könntest du mal zeigen, was ihr so habt, ne? Ja natürlich, klar! Wir haben hier Stimmengeräte, wo auch Metronome drin sind, wir haben hier ein wunderschönes Splashback 12, 12... Das ist doch toll! Donnerwetter, kannst du da mal ganz feste draufhauen? Müsst ihr schon festhalten, tut mir leid! Kommt da auch ein Ton! Da kommt ein Ton, ja? Ja, eigentlich schon! Eigentlich schon! Natürlich dann noch die passenden... Ich bin zu soft! Sticks dazu! Eine Ukulele haben wir hier, also wir haben jetzt quasi die Hälfte des gesamten Musiklands! Das wäre auch die richtige Größe! Oh, die ist schon bunt hier, ne? Ja! Ist jetzt allerdings von der Flagge nicht ganz richtig! Ne! Das wäre jetzt die falsche Veranstaltung! Und? Wie läuft das Geschäft? Ja, momentan ganz gut! Die Leute kommen jetzt so langsam, wir haben schon ein paar Sachen verkauft! Ihr habt die Sonne bestellt! Wir haben die Sonne bestellt, ja! Wir haben uns auch zuversichert, dass ihr heute kommt! Super! Super! War echt zu... Ich wünsche euch noch viel Erfolg beim Verkauf! Danke, ebenso! Und sag Tschüss, ne? Du musst noch ein bisschen weiter, ne? Natürlich! Vielen Dank! Vielen Dank!